Auf meinen Reisen lasse ich mich gerne treiben und manchmal habe ich durch glückliche Empfehlungen von Einheimischen erstaunliche Erfahrungen gemacht. Ein besonderes Erlebnis war mein Besuch bei den Las Fires in Valencia. Dieses Spektakel beinhaltet das Verbrennen von Pappmaché Figuren, die so groß wie vierstöckige Gebäude sind. Sie sind über die ganze Stadt verteilt und das Spektakel wird durch ein Feuerwerk begleitet. Es war ein unvergessliches Erlebnis, das ich bei meiner vorherigen Planung übersehen und deswegen gar nicht bedacht hatte. Das war eine Anekdote von Thomas. Ja nun, obwohl die Anekdote eigentlich von Thomas stammt, habe ich gerade eben schon gehört, dass du, Markus, dazu auch ganz viel zu sagen hast. Warst du dabei? Ja, also wir sind zusammen gereist. Wir waren tatsächlich eine kleine Reisegruppe. Wir waren zu fünft oder zu sechst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind. Wir sind am Flughafen angekommen, glaube ich, und es hingen überall Plakate von Las Fires, weil das ist halt ein Riesending in Valencia und geht drei Tage die Feier und die haben da wirklich diese Figuren aufgestellt. Die sind total krass. Also irgendwelche Szenen sind nachgestellt. Beispielsweise gab es auch eine so eine Szene von Star Wars, wo da gerade irgendwie so ein Raumschiff rumgeflogen ist und die ganzen Charaktere von Star Wars waren da. Dann gab es irgendwelche Gebäude großen Anime-Figuren und so weiter, die in der Innenstadt standen. Total krass. Und die wurden am Ende alle niedergebrannt. Also die waren nur da, um am Ende niedergebrannt zu werden. Und die sahen wirklich fantastisch aus. Also richtig krass. Leider hat es geregnet. Das war nicht so toll. Aber genau, wir sind noch den ganzen Tag da rumgerannt und haben uns das Spektakel angeguckt. Richtig cool. Weißt du den Hintergrund von diesem Spektakel? Warum? Das weiß ich nicht. Da das Ganze drumherum und so. Da habe ich mich nicht informiert. Wir waren einfach froh, dass wir das mitgenommen haben. Ja, das ist immer am schönsten, wenn es unerwartet ist und man unerwartet sowas dann miterlebt sieht. Ja, genau. Wir wollten eigentlich von Valencia nach Chulia fahren direkt. Also in Chulia, da hatten wir geplant, halt unseren Kletterurlaub zu machen. Haben wir dann auch. Aber wir haben halt entsprechend noch ein bisschen mehr Zeit in Valencia verbracht, weil das da so ein Spektakel ist, das war schon ganz cool. Und genau, ich glaube, tatsächlich am nächsten Tag sind wir noch mal hingefahren, weil das ging noch den nächsten Tag. Genau so war das. Also als wir angekommen sind, haben wir uns angeguckt, sind dann nach Chulia gefahren, haben da übernachtet, sind wieder in die Stadt gefahren, haben es wieder angeguckt den ganzen Tag. Und dann sind wir wieder nach Chulia gefahren. Dann war auch vorbei. Ich glaube, dann war Sonntag oder so. Und dann sind wir in Chulia geblieben. Zum Klettern natürlich. Ja, was ich jetzt so mitnehme, ist, dass man, auch wenn man jetzt eine Reise geplant hat und dann mitbekommt, dass irgendwas gerade passiert, dass man dann auf jeden Fall auf Reisen spontan genug sein muss, sollte, die Planung dann über den Haufen zu werfen und dann sowas halt auf jeden Fall noch mitzuerleben und dann das so einzurichten, dass man das dann mitmachen kann und sieht. Und das ist natürlich auch was, was dann, was man von Einheimischen erfährt. Und was auch ein ganz guter Tipp ist, ist, mit Leuten aus den Ländern jetzt hier in Deutschland schon vielleicht zu sprechen, weil die dann dir auch gute Tipps geben können, um dann vielleicht solche Sachen mitzuerleben oder die Reise halt irgendwie vielleicht ein bisschen früher oder später zu buchen, um dann gerade solche Sachen mitzubekommen. Ja, ist sowieso immer gut, mit den Leuten darüber zu reden. Also das, ja, das Fest ist halt einfach ein Riesenfest in Valencia, aber wir haben jetzt nicht nach Riesenfesten in Valencia gesucht. Deshalb haben wir es nicht gewusst. Ja, man kann sich auch immer nur auf gewisse Dinge fokussieren. Also gucke mir irgendwelche Touristen-Highlights an oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die ich sehen möchte und so weiter und gucke dann bei, weiß ich nicht, bei TripAdvisor oder so, was es alles gibt. Aber wenn es da nicht steht, dann habe ich es gar nicht gewusst. Ja, es ist ja auch manchmal so, wenn man von Veranstaltungen hört oder recherchiert im Internet, kann man das auch oft nicht so richtig einschätzen, ob es wirklich groß ist und so toll ist. Weil das ist ja ganz oft auch irgendwie Werbung und dann wird gesagt, die und die Veranstaltung. Und dann ist es am Ende vielleicht gar nicht so groß, wie dann halt irgendwie beworben wird oder so getan wird. Und das ist natürlich gerade halt bei Festen, die dann wirklich groß sind, das wissen dann halt vor allen Dingen die Einheimischen. Und es gibt auch zum Beispiel in Frankreich so Fête de la Musique. Und das ist auch eigentlich überall in Frankreich unheimlich groß. Ja, es gibt auch in Mexiko den Tag der Toten. Und da reden vorher alle drüber. Und da ist auch dann die Frage gewesen oder die Empfehlung gewesen, wo man denn am besten hinfahren soll, um das am besten genießen zu können. Also ich war in Oaxaca. Das war halt die Empfehlung auch. Da soll es ganz toll sein. Das war auch ziemlich cool. Wenn man vorher schon in Mexiko war, das konnte man gar nicht verpassen. Das war einfach überall. Jeder hat davon gesprochen. Ja, das ist ja total bekannt. Ja, das ist eigentlich weltweit bekannt. Na gut, okay. Ich glaube, wir haben die Anekdote hinreichend abgedeckt. Naja, was man noch vielleicht sagen konnte, ist, dass man, wenn man in den reinen Ländern reist, dass man durchaus mal gucken sollte, ob das jetzt sehr katholische Länder sind, weil dann gerade die katholischen Feiertage halt schon größer gefeiert werden. Und ich meine jetzt zum Beispiel auf Malte habe ich auch unheimlich viel an Ostern gesehen. Da waren so Prozessionen, die durch das ganze Dorf gingen. Und das war auch sehr beeindruckend. Gut, nee, klar. Alles allgemein nach Feiertagen. Das hatte ich da auch noch gar nicht auf dem Schirm, dass ich nach sowas halt gucke. Ich meine, in Köln Karneval, das ist, wenn jetzt hier jemand zufällig zur Zeit gekommen wäre. Zufälligerweise vorbei. Was ist denn hier los? Um Gottes Willen. Kamelle. Ja, okay. Okay, dann haben wir es jetzt aber hinreichend besprochen. Dann mache ich jetzt mal den Cut. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war eine Anekdote aus der Backpacking-Superbibel. Wenn du mehr wissen willst, dann guck in die Shownotes. Und ansonsten bleib dran, folg diesem Podcast. Dann hören wir uns bald wieder. Bis dann, mach's gut.